Hallo und herzlich Willkommen zu Final Fantasy 7, dem Remake. So. Haben wir es denn jetzt hier? Ja. Der Waggon hat sich bewegt. Ob wir jetzt weiter können? Sehen wir nach. Nichts wie weg. Auf dem Weg. Und zwar schlecht. Nicht übertreiben. Ich lege los. Der ist für dich. Leck los. Nach dem Sturmwarnung. Der Jetlag vorbei. Flieg. Warum? Der ist für dich. Und zwar, naja. Cardal overcome. Und jetzt. echo schirm wo muss man erzählen hier rein geschafft nichts wie weg hier Oh. Da darfst du nie hingehen. Hm. Werde ich nicht. Noch was. Weißt du, gestern ist Betty mit ihrem Vater... Papa ist spät. Du hast recht. Vielleicht schafft er es heute nicht nach Hause. Marlene, hör mal. Wir müssen ganz schnell zurück zur Bar. Tiefer. Alles okay? Ja. Gehen wir. Nehmen wir die kurz mit. Ah, malvo эту вот als những von schmerz. Oh, die Plattform dreht sich. Jetzt kommen wir vielleicht rüber. Das schaffen wir. Und fällt niemand auf. Tschüss! Das ist aus. Gut. 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 Kein Problem. So wird das nichts. So wird es nicht. So wird der Auge etwas verpasst. Der ist für dich! Los hin! Ey! Dann fällt nichts mehr aus! Und los! Fertigkeit gemeistert! Ich habe zwar wieder ordentlich Federn gelassen, aber Fertigkeit gemeistert. Dann kannst du jetzt den Mitrilstab haben. So, was haben wir denn hier? Schlaf! Schlaf habe ich noch nie benutzt! Schlaf! 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 Morgre-Medaille. Supertrank. Der Weg ist schon wieder blockiert. Dabei sind wir so kurz vorm Ziel. Hey, vielleicht lässt sich die Lok ja bewegen. Sehen wir nach. Ich glaub, wir haben Glück. Scheint noch zu gehen. Oh, super! Was ist das für'n Wirbelsturm? Bist du okay? Ja. Hm? Was hat das? Der Dissektionscode für die Platte ist... Wirklich? Wirklich? Ja, ja! Wir können die Oberstadt runterstürzen lassen. Allerdings gibt's kein Problem. Hey, nicht ganz auf Welt, bitte! Wenn wir abstürzen, war alles umsonst! Der Statterbericht. Gute Probleme? Ganz im Gegenteil! Die Idioten laufen uns netterweise direkt ins Messer! Wie alt nach von Ihnen. Das ist die Weltversorgung. Je mehr Leute, desto bleiben wir beeindrucken. Für euch ist das nur ein Spiel. Ich erwarte, dass alles noch planläuft. Tiefer. Das mit dem Plan war also wahr. Barrett und die anderen werden sich schon zu wehren wissen. Sektor 7 ist nicht mehr weit. Los! Hoffentlich schaffen wir's. der ist nicht mehr weit. Sie müssen ja ein Spannboxen in Ritual. brothers! Das ist schon. Viecher. Verstärkung für Shinra. Da muss kein Kessel vorheizen, gar nichts. So, den nächsten Schalter haben wir schon. Und Licht hier, so rauern. Hammer. Zwei Mal Megatrank, okay. Es muss noch einen auf. Deswegen gebe ich an die Arbeit. Überlass das mir. Der ist für Sie. Gute Arbeit. Gute Arbeit. Aha. Vielleicht lässt sich eine der Loks hier ja bewegen. Danke. Weiter. Ja. Komm mal rein? Nein. Komm mal rein. 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 Das war's für heute. Noch ein Boss? Sind fast da! Schnell! Ja, warte mal. Das sieht aus wie Arena. Haben sie jetzt Aerith entführt? Die Kinder, die der schwarze Wind mitnimmt, verlassen den Eisenbahnfriedhof nie wieder! Das ist uncool. Ah! Hast du mich beschützt? Ah! 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 Der Hescha! Der Hescha! Hab dich! Ach, so ein Mist! Hab dich! Ah, hat er mich so gut versteckt! Äh, und Aerith? Kannst kommen! Kannst kommen! Kannst kommen! Kannst kommen! Kannst kommen! Kannst kommen! Mama! Mama! Aerith! Ah! Ah! Wir haben dich, Aerith! Das habt ihr wohl! Kannst kommen. Auf. rauskriegen, was bist du für einer? Warte mal. Mit einem Sprung an, um es auf den Boden zurückzuholen. Dem Gegner kann eine Waffe für Aerith gestohlen werden. Ja scheiße. Ich habe Stehlen nicht drin. Kann ich das noch reinnehmen? Was ist das? Eis, oder? Oder? Ja, komm. Ja, komm. Verstärkt vorüber hinab und die Spitze auf Helge schlauen. Ja, komm. Oh, Tifa. Ja, komm. Ja, komm. Ja, komm. Ja, komm. Ja, komm. Okay, das können wir so nicht akzeptieren. Komm mal da runter wieder. Die wird reflektiert. Wir müssen die Barriere aufheben. Hab ich da auch so was? Ja, komm. So müde. Komm doch runter. Okay, bin wieder wach. Nichts überstürzen. Ich lege los. Jetzt zeige ich euch was ich kann. Ja, komm, wir sind aber fertig. Ich habe es noch beaucoup jetzt. Es ist jetzt nicht so gut. Ja, ich lege die Gäste. Ja, ich lege auf. Unsere Ausbildung. Ja, guck für's. Ja. Guck. Ich hör sie. Ich hab's nicht zu. Aber schaue auch. Ich bin zählt und zu. Pfeifen, das ist ja schon mal. Ob die Besucher ist, Übernimm du! Komm runter! Bisschen! Dann übernimm! Überlass das mir! Hey, ich werd verfolgen! Eis! Also, ich hab's neues! Es ist ausgedrückt! Halt, ich hab's dabei gesehen! André von pull! Gleichzeitig hab's nicht gesetzt. Ah, das ist nicht 적ervoll. Das, was es so wischen! Das, was es so wischen! Lass mich machen. Wirkungslos. Warum wirkungslos? Wirkungslos. Das war's dann. Er wirft mit Lanzen. Kraut! Achtung! Krasser Tod. Krasser Tod. Us. Kommt, beginnt erst jetzt! Bein, doch nicht vielleicht! Fuck! Tifa! Ah! The same shock! Tief! Zwei! Wasp! Zwei! Zwei! Und... Du bist auch dabei! Fakt! Fakt! Und los! BAM, Junge! Hört aus! Wir kommen! Verschwinde! Monster! Weiter! Ja. Was will er? Die Kinder sind jetzt wieder frei. Wahnsinn! Lebt wohl! Warum war Aerith da als Kind und warum hat keiner nach dem Mädchen gesucht? Hm, Ladies? Ich fand der Boss sah cool aus mit seinem Streitwagen. Wir sind da! Geist der Jäger, toffe erhalte. Geist der Jäger, toffe erhalte. Geist der Jäger! Geist die Jäger aus dem Avalanche! Geist die Jäger! Wir wissen was geplant! Ihr habt uns auf den Pfeiler von 607 abgebildet! Ihr verlogene Schweine! Dort! Da ist der Avalanche! Halt! Nicht weiter! Scheiße! Stimme ab! Schau! Sie wollen Sektor 7 wirklich opfern? Nicht mit mir! Tifa! Bitte! Lasst uns durch! Was zum... Cloud! Tifa! Es hat keinen Zweck! Wir müssen hier durch! Alles klar! Hach! Seine Schukleiste lässt sich normalerweise nur langsam füllen. Sie füllt sich jedoch schneller, wenn die Kreatur eingeschüchtert wird. Ich zähle auf dich! Kannst du dich? Ja! Ich hab da irgendetwas gelesen, ne? Da! Zusatzangriff! Was war das? Engel! Cool! Cool! So was kannst du? Tifa! 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 Für Aerith ist die Dings immer voll Der Wettbewerb wird ein Teil von den 4-Head zu entfernen Der Wettbewerb wird die Dings aufgerissen Für die Dings und die Dings sind der Laufgebung Das ist ein Teil der Dings und der Dings und die Dings aufgehört Shark! Ähm... ...komme! Ach so! Ah! Los! Zack! Gehen los! Klinik nicht davon! Nein! Ja! Mal auf! Entschuldigung. Es sind so viele! Ach, bist du... Tiefang! Ich glaub, die wollen uns... ...beschützen. Das sind gute Dementoren. Gehen wir! Und es tut mir leid, ich weiß, dass es hier kurz... ...befehle gibt. Allerdings bin ich viel zu blöder, um mir die zu merken. Ich bin nur ein kleiner Noob. Ich bin nur ein kleiner Noob. Ja! Das ist Verrett! Ah! Ah! Oh! Ah! 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 Alles okay? Ach, Cloud. Es ist Jinra. Sie wollen die Platte abstürzen lassen. Wissen wir. Ich muss zurück. Barret und die anderen sind noch... Warte. Bleib bei, Wedge. Ich geh nach oben. Ich geh auch. Ich kann doch noch kämpfen. Bigs hat mich beschützt. Wedge, überlass das lieber, Cloud. Cloud. Ich verärzte ihn. Bigs, Jesse, Barret! Der Arsch hat sich mit Absicht abstürzen lassen, damit er jetzt geflägt wird. Wedge, bitte. Mach was tiefer dir sagt. Davon wäre ich auch von dem Dämoner gesprungen. Dann bist du ja endlich. Werde etwas aufräumen, bevor der Alleskönner hier auftaucht. Ja, äh... Steht da noch irgendwas drum? Wat leckert? Nö. Ja, aber... Für heute reicht. Ich hab keinen Bock, wieder in so ein Katzchen reinzurennen. Von daher bedanke ich mich fürs Zusehen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir können mal gerade gucken, weil ich meine, ich hätte gesehen, hab ich da richtig gesehen. Er ist fertig. Geschicklichkeitsbonus. Alles tutti. Gut. Und dann hast du ein Schwanzreif. Ein Cockring. Ich hab ja den Gothic-Reif, den hab ich... ...Aerath gegeben. Warum, weiß ich nicht. Schwarzreif, der ist gar nicht so toll, ne? Außer, dass der drei Slots hat, ist der überhaupt nicht so toll, finde ich. Ja, der Gothic-Reif, der würde... 28. Magische Abwehr und physische Abwehr. Ist egal, jetzt hab ich ihn Erroth gegeben. Jetzt hab ich ihn Erroth-Führung gegeben. Ja, blöd ist nur, ne? Das ist ja nichts Neues. Kann ich nie austauschen. Ist egal, Hauptsache, was ist das Geschicklichkeitsding schon mal fertig? Gut, dann bedanke ich mich fürs Zusehen und ich wünsche euch was. Bye-bye. Bis zum nächsten Mal.